YES OH MY GOOOOOOODD Hallo und willkommen zu einem kleinen Tutorial wie man Minecraft Too Many Items für die 12W08B installiert. Das ist die Beta-Version die heute rausgekommen ist glaube ich. Und da werde ich jetzt zeigen wie man Too Many Items installiert. Also zuerst müsst ihr euch das runterladen. Den Link schicke ich in die Beschreibung, stelle ich in die Beschreibung. Dann müsst ihr Datei speichern. Dann müsst ihr auf diese Seite hier gehen. Den werde ich auch in die Beschreibung stellen. Dann müsst ihr das kleine dort runterladen. Dann kommt eine Seite Addfly. Müsst ihr 5 Sekunden warten und dann auf Werbung überspringen klicken. Werbung überspringen. Dann kommt ein kleines Fenster. Dort müsst ihr auf OK drücken. Dann, bei mir hat es jetzt zweimal gemacht. Dann habt ihr das. Dann, nicht wundern, das lade ich gerade ein anderes Video hoch. Dann tut ihr den Minecraft.jar-Ordner bei %AppData% einfügen. Unter .minecraftbin. Und dort müsst ihr erst die andere Minecraft-Jar umbenennen. Sonst überschreibt die das und dann habt ihr ihre Alte nicht mehr. So, dann schiebt ihr die da rein. Dann macht ihr TooManyItems auf. Macht den .jar-Ordner auf. .jar-Datei. Hm, wo ist es jetzt? Ah, da. Dann müsst ihr die Meta-Inf-Ordner löschen. Und alle Daten von TooManyItems einfügen. Und das war's. Wiedersehen. . . . . .